Hi Anna, wie geht's? Dankeschön, gut in dir. Freue mich, dass du hier bist. Danke, danke. Danke schön, dass du gekommen bist. Gerne doch. Ich habe euch heute angesprochen, weil ihr seht fresh aus. Ihr seht fresh aus. Sehr, sehr stark. Geiler Aufzug. Wie kommt man so dazu, so rumzulaufen? Was machst du beruflich, Russ? Momentan Social Media. Ja? Bisschen TikTok, bisschen Insta. Was heißt bisschen? Was machst du da? Ich spiele so Beziehungsvideos mit meiner Freundin. Ich dachte, okay, die ist so gut drauf. Aber ich wusste nicht, dass du einen psychischen Schaden hast. Ja, das wissen viele nicht von mir. Inzidenz, Mond, Schuhsohle, sein Gelenk ist Skorpion, sein Knie ist Widder. So ganz komische, kranke Sachen. Was ist das? Meine Art Smalltalk mit den Leuten zu machen. Ja, was ist das? Ich frage einfach mal nach dem Sternzeichen von den Menschen. Und dann fängt das an. Guck, du wurdest inspiriert, jetzt redest du über Sternzeichen. Aber machst du dir Gedanken darüber so? Ich habe über meine Haare Gedanken gemacht, tatsächlich. Meine Hairlines sind echt broke. Deswegen habe ich mir einen Kochkopf gemacht. Da seht ihr jetzt so einen Bruder, der keine freshen Hairline hat. Sagt jetzt so, ey, guck mal den an. Ja, natürlich. Echt? Ja, klar. Bereut man es schon ein bisschen, sagt man so, ja, okay. Der Arm ist in der Hairline. Ja, genau. Ich würde dir sagen, Bruder, hier, besuch mal den hier. Das ist ein Baba-Digger, Baba-Shop. Ich schwöre es dir, Bruder. Ein sehr guter Spezialist, Style-Spezialist aus Berlin. Hast du einen Freund? Nein. Mein Herz ist gebrochen, ja. Wenn du jemanden kennenlernst, fragst du ihn nach seinen Sternzeichen und beurteilst du ihn direkt danach? Nein, ich frage ganz bestimmt nicht bei den Jungen, den ich gerne lerne, wie eine Psycho-Olle nach den Sternzeichen. Was? Nein. Ich warte immer noch so ein bisschen. Ich frage so, hey, wann bist du geboren? So nach dem dritten Date. Oh, Juli. Dann denke ich, okay, könnte halt Löwe oder Krebs sein. Und dann frage ich weiter, hey, welches Datum und so. Inzidenz, was? Nein, äh, Aszendent. Der assistierte dein Sternzeichen. Assistenz. Kann man auch Assistent nennen. Assistenz heißt das. Aszendent. 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 Ans. Ans, Katrin. Findest du, dass man nur einmal im Leben richtig liebt? Ich würde zweimal zählen. Zweimal? Ja. Einmal deine Mutter und dann deine Frau. Boah, sehr stark, ne? Sehr, sehr stark. Geile Message. Gibt es diese einmal, diese richtige Liebe, dass du so töten würdest für diese Frau? Boah. Ja? Ja, Bruder. Ja, Bruder. Ja? Ja, Bruder. Und das hast du gerade in dir, dieses Feuer? Das ist das ja, was ich in mir besitze. Wann hat Anna schlechte Laune? Jetzt hast du mich gefragt, ob ich Dates habe. Das ist gar nicht mehr so lange her. Okay. Aber wenn du, stehst du dich morgens auf, so Mundgeruch, Augenkrusten, schlechte Laune? Ich stehe auf wie ein Huhn, so morgens. Wie so eine Evolution von mir selbst. Ja? Und dann werde ich irgendwann so gegen 14 Uhr, sehe ich dann so aus. Ich glaube, wir haben alle die gleichen Beziehungsprobleme, diese ganze Eifersucht. Oder kennst du doch, diese dann Kopfwickerei, dann Stress, dann nicht rausgehen dürfen, dann nicht Fernsehen gucken dürfen, dann nicht Freunde treffen dürfen. Also so Psycho-Exten komplett. Bist du verliebt? Nein. Hast du eine Freundin? Nein. Willst deine? Nein. Ja, aber warum steckt das sich nicht so an? So dieses, guck mal, der ist voller Leidenschaft. Ich bin etwas naiver tatsächlich. Ja, genau. Ich bin etwas naiver. Ja, bist du? 22. 22? Aszendent. Aszendent. Ey, gleich kann ich das auch nicht mehr sagen. Wie heißt das? Aszendent. 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 Hä? Aszendent. Aszendent. Was für Probleme hast du noch mit deiner Frau? Ähm, ich würde eigentlich gar nichts machen, ja? Nix. Nix? Nix. Warum gibst du dir das? Ich liebe diesen Kopfick. Langweilig ist es, wenn sie ein bisschen so lieb ist und so, oder? Ich glaube, vor einer Freundin kommt eine Frau, die dann sagen würde, Schatz, gehst du heute mit deinen Freunden raus, lass mich dein Hemd bügeln. Ja, ist doch Baba. Ja, warum willst du nicht sowas? Ja, das ist doch auch gut. Aber das macht sie ja nur, wenn sie gute Laune hat. Ach so, wenn sie schlechte Laune hat? Ja, dann ist es vorbei. Okay, was machst du mit deiner Freundin? Wenn du die Liebe des Lebens finden würdest? Oh, ich hoffe. Bald. Und dann gibt dir jemand 500.000 Euro, dass du den verlässt? Sofort. Scheiß auf den Baxter, der ist Skorpion, oder so. Ich weiß nicht mehr, ich habe ihn noch nicht gefragt. Sofort Mutter ein Haus kaufen, scheiß drauf, Digga. Scheiß auf Liebe. Ja? Ja, Mann, ich muss meine Mutter absafen, ja. Wärst du bereit zu heiraten? Sowas, klar. Ja. Der Bro tut mir irgendwie leid. Ich will, dass er diese Frau kriegt. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Alles gut, wird schon passieren. Ich zahle eure Hochzeit. Ja. Also. Aber ihr lebt jetzt nicht 600, 700 Leute an, oder? Nein. Ihr seid jetzt nicht wie die Türken, oder so. Nein. 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 Die nur mit ihren Mädels alleine gehen will? Nein. Nein. Ah, warum? Was für Mädels alleine? Nein, du weißt doch ganz genau mit mir. Wenn Frauen alleine wegfliegen, dann gehen die fremd. Ich dachte von einem Jett... Ich fasse nur mit ihr. Ohohohohohoho. Erzähl mal. Erzähl mal, erzähl mal. Nein, du hast nur gar. Ohohohohoho. Du hast schon mal in der kongolische Hochzeit? Nein. Wie geht's da ab? Ah. Ah. Zwei Tage. Zwei Tage geht eure Hochzeit? Wissen wir nie. Warum? Auf dem End. Ja, aber wie schläft man? Stühle. Teilweise gar nicht. Also die Kinder schlafen. Und das ist jede Hochzeit? Ja. Also man feiert die ganze Nacht bis 6, 7 Uhr, zwei Stunden auf dem Stuhl, dann 9 Uhr geht es wieder ab auf Mundgeruch, Augenkrusten, bam, bam. Die Älteren, wir wissen immer noch nicht, also zumindest weiß ich es nicht, wie die es machen. Ich glaube, ich komme jetzt langsam da rein. Aber was ich bis jetzt mitbekommen habe, ich weiß es nicht. Es ist ein Mysterium für mich, wie die es machen. Frauen gehen fremd, wenn sie alleine im Urlaub sind. Denkst du, ein Mann würde auch fremd gehen? 100 Prozent. Also jeder Mann, der alleine in den Urlaub geht, geht fremd? 95 Prozent. Und bei Frauen? 98 Prozent. Wir haben ja vorhin gar nicht gesagt, was du arbeitest oder wo. Ja, ich arbeite bei GemmaFam, ich bin Radiomoderatorin. Du bist Radiomoderatorin, jetzt habe ich es, ne? Und ich wurde abgeworben von einem anderen Radiosender, kurz flexen, ja? Ja. Ja, erstlich, ja, mir wurde mehr Geld geboten und mir wurde gesagt, hey, komm jetzt für mich arbeiten. Das ist voll die Ehre in meinem Leben. Ja? Das heißt, du warst so brutal? Ja, genau. Dass sie gesagt haben, die muss zu uns, die Schwester. Ja, genau. Grüße gehen raus an Andreas Fruttiger, bester Programmdirektor von GemmaFam. Kurz schneiden, weil ich habe kein Gespräch mit ihm, weiß doch. Wer bist du eigentlich? Ich bin die Freundin von, äh, Russ. Okay. Der hat aber was Gutes über dich erzählt. Wo ist der Winsome? Ja, und sonst, Leute, ne? Sternzeichen. So. Wichtig. Digga, ich werde mir so eine Psycho-Olle hier dargestellt, die nur, oh, Skorpion wird da, hm? Wo willst du heiraten? In der Heimat? In ihrer Heimat. Wo kommt sie her? Togo. Togo. Da bist du heiraten, richtig schön. Mit Familie, Tradition. Das ist das ja, ich will die Tradition ein bisschen besser kennenlernen. Finde ich geil, Alter. Ich mag so Leute, die so sind, wie sie sind. Deswegen auch der geile, freshe Style. Ich sehe nicht weiter, als er hier. Ich muss dann immer so... Bist du blind? Ja, Mann, ich bin kurzsichtig. Ja? Warum lässt du es nicht regeln? Ich habe keinen Bock, andere zu sehen, ja. Scheiße, oft. Boah, das ist ein starkes Argument. Anna, willst du noch jemanden grüßen? Äh, ja, meine Hunde und meine Mutter. Ich habe sonst niemanden. Ja, aber diese... Mach doch eine Pause wenigstens dazwischen. Meine Hunde und meine Mutter. Ich grüße niemanden, ja, meine Hunde und meine Mutter. Liebe Grüße gehen raus. Willst du noch jemanden grüßen? Ich grüße meine Mutter. Mama, ich habe dich ganz, 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 ganz toll lieb. Ja, aber... Wen geht es zu grüßen? Ich grüße auch meine Familie. Wilson hier. Wie heißt du auf TikTok? Ross Berlin. Ross BLN. Okay, wie wird das geschrieben? R-U-Z.BLN. Okay. Ey, du bist ein geiler Typ. Du auch, danke dir. Geiler Performer. Ich kannte ihn vorher nicht. Das hat mich sehr überrascht, so etwas zu sehen. Sehr, sehr, sehr geil. Finde ich, hat viel mit Sketch Comedy zu tun, ne? Danke dir. Das hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen, ne? Danke schön, Gosa. Du bist ein geiler Typ. Du auch. Dankeschön. Ich mache einen Abgang mit albanischer Adler. Geil, ne? Geil, ne?